Und willkommen zu... Äh, scheiße. Entschuldigung. Und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario World. Ähm... In der letzten Folge haben wir Castle 5 gemacht. Da oben. Dann dieses Level auf der Insel. Dann Schoko Ghost House. Dann das Chocolate Island 2. Ich hab auf dem Alli... Wirklich? Boah... Sie wird Exit gefunden. Crap. Ich weiß leider nicht mehr, wo genau wo er ist. Das meinte ich weiß, ist er irgendwo? Mhm. Sehr wohl, er ist irgendwo. Äh... Letzte Bauern hab ich nicht. Dann... Ja, relax... Wenn ich auf Yoshi sitze. Hm. Also irgendwas muss da doch... Ooooooh... Ich weiß nicht mehr, wo der... Siebel Exit überhaupt hinreicht. Ganz ehrlich. Ooooooh... Ooooooh... Verdammt! Hm... Okay, da rein. Und ab jetzt kann er überall sein. Da unten? Nö. Da unten... 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 Äh... Kennt wer Super Mario wie dein? Ähm... Das ist so ein... Fun... Ne... So ein Fun... Was war das? Ich dachte grad mein PC wär abgeschissen... Ach du Scheiße... Moment kurz, Moment kurz... Moment kurz... Okay... Das sind wir wieder... Ähm... Das waren... Komischerweise... Äh... Ich weiß nicht was es war... Um ehrlich zu sein... Ähm... Hä? Wartet vorher auch? Hä? Könnt ihr euch daran erinnern, dass es... War? Also ich nicht... Ich nicht... Äh... Äh... Gibt's da was? Ne... Komisch... Ach... Hilbo muss es doch so viel Exit geben... Mann... Aber... Ich weiß gerade nicht... Ähm... Ich weiß gerade nicht... Sorry... Ich weiß gerade nicht... Ähm... Vielleicht oben in den Wolken... Äh... Keine Ahnung... Pff... Ich weiß es gerade nicht... Muss ich nachgucken... Muss ich nachgucken... Ähm... Und... Wieder da... Zurück... So... Dann holen wir uns mal wieder eine Feder... Bis gleich... Ähm... Hier sind wir wieder zu... Och... Mann... Let's play... Super Mario World... Und jetzt... Wollen wir versuchen... Den Secret Exit... An den Secret Exit... An den Secret Exit... Zu gelangen... Und das ist... Schwerer als man so erwartet... Von einem Secret Exit... Pff... Ja... Das ist... Mein Ernst... Der ist... Relativ schwer zu finden... Zumindest für Leute... Die keine andere... Nicht so welche wie ich... Mhahaha... Okay... Mein Tag... Ähm... Tratatat... Neun... Oh neun... Och neun... Och neun... Können wir das unter peinlich einschalten? Nicht unter Fehler... Aber unter peinlich... Extrem peinlich... Eie... 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 Ah... Ah... Lex... So... What's up... What's up... What's up... Neun... Das wollte ich doch gar nicht... Das wollte ich doch gar nicht... So ein Käse... Äh... Ja... Als ihr euch fragt... Warum da die komische Rundkurve ist... Ich hab das Level beendet... Auf normalem Wege... Weil ich... Äh... Vergessen habe... Und... Dämmens... Weil ich vergessen habe... Wieder aufzunehmen... Neun... Zack... Tot... Zack... Tot... Puh... Ich krieg da sowieso... Ein... Ausrufe... Zeichen... In der Farbe... Grün... Grün... Wie das Wasser im Meer... Nein... Nein... Mann... Meine Güte... Du willst mich doch... Waschen... Spiel... Du hast ne Wut auf mich... Spiel... Ey... Mit dem Schei... Mit dem... Och... Meine Güte... Mit dem Mischt Camtasia... Funktioniert nix... Da... Läuft das Spiel... In halber Geschwindigkeit ab... Zumindest... Kommt's mir in dieser Form... Ah... Ah... Und... Safestate... Verdammt... Safestate... Verdammt... Ne... Mag nicht... Ach... Boah... Ah... Jetzt funktioniert's... Oder was... Am... Ah... Was... Oh... Gut... Hab's... So... Jetzt geht der Weg nämlich da durch... Weil wenn ich vorhin... Das normal gemacht hätte... Wäre ich einfach nur diese Runde gelaufen... Hier... Und das ist ja... Echt... Ziemlich unspektrum... Ja... Aber das ist egal... Denn hier geht's ums Kochen... Und das ist auch eine... Festung die ich... Sehr... Beachte... Ähm... Noch... Puh... Es gibt so verschiedene Gründe warum... Aber ich denke mal der Hauptgrund... Sollten... Diese Stacheln... Seien da... Diese Holzpflecke... Ja... Das ist der Hauptgrund... Ist ja auch klar, dass hier... Stacheln gibt da... Hier... Flammen... Irgendwoher... Aus dem Licht... Gell... Das ist ja ganz normal hier... Für die... Für die... Ähm... Was soll das... Mann... Das wollte ich jetzt aber nicht... Das wollte ich jetzt... Hä? Ma... Was soll das... Was... Ach... Kommt... Egal... Hier gibt's so viel... Unmögliches Zeug... Was normal nicht... Niemals... So ist... Ah... Ich weiß auch nicht... Was mit diesem... Ach so... Reinου... eliesto... 어... Ra... ... wh Kazします... Eee... Aa... Sprink doch... Sprink doch... Sprink doch rein... Sprink doch rein... Swappen... Sprink doch rein... Park... Mann... Blöder... Blöder... Fetter... Etaniener... Frisst deine... Nudel... Woher... Nudeln Animal... Ey, was ist... Och, gottdämnd! Ich... Boah, boah... Ich... Ich verreck hier noch... Das gibt's doch nicht! Er hat sich... Mann... War der Kaiso Mario noch leichter... Als dieser mischt... Ich hab irgendwie meine... Ich spiele... Ich spiele sehr schlecht Tage... Ja, nein! Boah... Ach, nein! Ach... 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 Scheiße! Oh, nein! Zum Kotzen, echt! Richtig zum Kotzen! Die Steuerung ist so beschissen! Ich muss... Tausend... Tausend Wege umgreifen! Nur um diesen Scha... Nur einen Drecks Spinschamp zu machen! ... Ach, Mann! Nein! Ey! Ich breche gleich noch zusammen! Ich sterbe hier noch! Ich sterbe hier noch! An Trauer, an Schmerz und an Zweiflung! Der Paar, an Schmerz und an Schmerz und an Schmerz und an Schmerz und an Schmerz. Sie sterben! Sie sterben! Wegen diesem... Rott-Game! Wegen diesem... Scheiß! Sie dachten, sie können wie Mario, ob er so fett ist, mit einem Spinjump überall runter springen! ... Ey! Ja! Ich hab'n Spinjump gemacht! Ich hab'n Spinjump gemacht! Mal springen da drauf, mal nicht! Och! Lassen wir halt verrecken! Dass er sich weiter... ...quält mit diesem... ...Spiel! Du... ...pastat! Ich... ...ich glaub's nicht, ey! Ich pack' das nicht! Das ist... ...peinlich! Jetzt hab' ich keinen Bock mehr! Fick dich! bisschen... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich könnte sie sogar rauslassen, an diesen Scheiß-Boss, Scheiß-Boss, Scheiß-Verfickter-Boss. Wie kann man sich bei so einem Spiel beruhigen, Alter? Ich habe einen Spinscham gemacht, wie oft denn noch? Ich bin in einem Spiel beruhigen, Alter. Ich bin in einem Spiel beruhigen. Ich bin in einem Spiel beruhigen, Alter. Ich wollte nicht! Sorry. Leute, ich hab keinen Bock mehr. Auf diesen dämlichen Festungen. Auf diesen Tricks. Wups, wups. Wegwichern. 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 Endlich. Weg Huss. Wegwichern. Wie, wenn ich da noch ein Mal, verdammt mal sterbe? Was soll das? Noch ein Wunsch! Verbrich deinen Kiefer! So! Friss Lava! Und ich wollte mich nicht aufregen! Ich wollte mich nicht... Ach! Gott! Wie mich das wieder aufregt! Komm! Dieser verdammte Mist! Ach scheiße! Das sind 17 Minuten! So lange diesen Drecksfestung umgemacht! Gebt mir ein Beruhigungsmittel, Leute! Dieser Part... Ist eh schon zu lang! Suche ich nach diesem Secret Exit! Ich hab eh keine Ahnung, was ist... Ich hab keine Ahnung... Kann ich irgendwo in der Bahn nachdenken? Macht sich doch! Macht hier eine tolle Zeit! Besten schlisten... Mario... Ganzer... Ey! Jetzt nimm die Dreckstrampolin! Ich schieb eine Wut! Eine Wut! Eine absolute Wut! Eine... 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 Das ist echt nicht... Eine... Kann es sein, dass man da nur mit Yoshi hinkommt? Äh... Ach je, ich weiß es nicht. Wollen wir es mal probieren, versuchen, Yoshi beizubehalten? Versuchen wir es einfach. Yoshi und dieses ... Trampolin. So. Nee. Das Trampolin verschluckt, wenn er durch die Röhre geht. Also, daran kann es nicht liegen. So, dass ich den Secret Exit nicht finde. Ähm ... Wo könnte er sein? Weil wenn ich mit Yoshi reingehe, sieht das nämlich anders aus. Und ich frage mich gerade ernsthaft ... Warum? Obst wie das mit Yoshi inAS erst aus. Ach, je. Rätsel! rätssel! rätssel! Canon Komisch. Ach, ich gucke offline nach dem Sequel Exit. So, ich habe mir gerade ein Video von diesem Sequel Exit angesehen. Und, ich habe keine Ahnung, wie der das macht. Ich habe das eigentlich in der selben Folge dasselbe gemacht wie er. Okay. Aber er kommt bei einem völlig anderen Eingang raus. Moment. Ähm. Gerade rüberfliegen. Ähm. So. Und da rein. Und. Hä? Guckt mal. Warum bin ich jetzt hier? Warum? Warum bin ich jetzt hier? Sagt's mir. Das ist... Äh. Nein! Na... Och, nein! Das soll doch wohl ein schlechter Schatz sein. Oder? 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 Ich sage es mit. Das ist der erste Mal. Ich... 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 Ich kotze gleich. Ich... Komm schon, Alter! Komm schon! So! Oh Gott, ist das ein scheiß langer Part! Mann, geht doch! Moment, dahin eigentlich! Okay, dahin! Ach, was machen wir nächsten Part! Zu viel, zu viel! Bis zum nächsten Mal!